Musik Jawoll Ah, schade Unter Wunschbarkeit hätte mir jetzt eben auch was gebracht. Und noch den Knotinu, ich werde begloppt. Pinky. Ja! Sorry, ich mache hier einen Safe-Stage, ich will die Kacke nicht nochmal durchstehen. Schade. Juhu! Idiot! Ja. Stage clear! Juhu! Aber ich habe das Skript nicht. Okay, die sind da oben links jetzt. Okay, ich muss jetzt zum Wasser thornen. Zack! Eckvogel. Wieso gibt es keine Waffen in diesem Spiel? In der Genesis, ja so, und hat jeder... Ah ja, Wakko hat eigentlich als einziger eine Waffe und zwar einen dicken Hammer. Aber er bringt auch nicht viel. Ja, das Spiel finde ich ein bisschen besser. Aha. Und die beiden sind da da da. Drehtau'n. So. Und die beiden sind da 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 Ja Editorial Room Stage Oh ja Das ist der Anzug von denen Das sind Pinky und Brain 3, 2, 1 Oh nee Nein Ah komm, zwei hab ich noch Jawohl Dott ist wieder da Am besten ist ja die Sammeln die Münzen noch mit rein Und wieder weg Muss nur noch schaffen den Firmen zu betätigen bevor er mich erwischt Zwei Drei Nein Dott 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 Doof. Ich finde diese Anspielung auf die anderen drücken. Geil. So, noch drei. Eins. Zwei. Jetzt bin ich mir zu unsicher. Komm, du bist drei. Jetzt bist du Matsch. Okay, jetzt bin ich alleine. Kommt als nächstes... Ritter. Ach, nur eine Rüstung. Aua. Ja, wie sollte ich dem ausweichen, bitte? Jawohl. Dann kommt, was will. Haben wir da ein Trio an meiner Seite? Oh, verdammt. Diese Fung. Ambus. Treffen lassen. Aua. Manager. Yes. Au. Nein. Nein. Vom Ambus geplättet. Oh, brain. Das heißt, er bewegt sich mir nicht schnell genug. Puh. Nein. Okay, der ist hart. Es ist nervig, ihn genau unter den Ambus zu positionieren. Jawohl. Das will ich. Aua. Verdammt. Diesmal ein bisschen zu schnell. Ich bin noch gesprungen. Verdammt. Okay, nochmal wunderspaß. Yes. Platsch. Haha. Geht doch. Noch was? Dam, dam, dance, dance. Yeah, dance, dance. Ich bin noch der Kaffee da. Ich bin noch der Kaffee da. Ich bin noch der Kaffee da. Was? Nein. Okay. Ja. 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 Die Kinkong-Kreuste sind ein Witz. Nein! Ich hab da neben geschossen. Ja, bärmlich. Ah, ich lebe noch. Ich lebe! Bäm! Und wieder danzen. Oh ja, die Krake. Eigentlich wird easy. Ich kann aber erstmal hier schüllen. Genauso. Oh, ist die Spätereinheit zu beschieben. Aha. Das war... Das war... Witz. Oh weih, jetzt muss ich die noch besiegen. Aha. Äh, okay. Ah! Geil, ich kann hier das Bild laufen. Mann, was für ein verrücktes Spiel. Ah, komm hier ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017